858. Kontaktsonntag, den 6. August 2023, 0 Uhr und 31 Minuten Billy, du bist ja wieder zurück und sehr früh hier. Grüß dich und sei willkommen wie immer. Quetzal, sei auch gegrüßt, lieber Freund. Ja, es ist schon zu frühe Stunde, ich weiß, doch ich habe einiges mit dir zu besprechen, das sehr wichtig ist. Die letzten fünf Tage wurde das Sondertreffen des Gremiums durchgeführt, wobei auch unsere Anwesenheit und Aufgabe auf der Erde und die Geschehen hier auf dieser Welt besprochen wurden. Darüber will ich dir jedoch später berichten. Billy, zu deinem Wiederhiersein will ich dich zu Anfang gleich mit folgenden Artikeln behaken, die ich zur Veröffentlichung erhalten habe. Wenn du sie erst lesen willst und mir dann sagen kannst, was du davon hältst, wäre das gut, denn ich finde, dass man bezüglich deren Thema nicht genug Aufklärung schaffen kann. Quetzal, worum handelt sich denn? Billy, das sollst du eben lesen. Quetzal, gut, dann will ich das tun. Die Schweiz muss wieder echt neutral werden. Autor, Christian Müller, 1. August 2023 am heutigen 1. August, an dem die Schweiz ihren Geburtstag feiert, sollen nicht nur die geschichtsvergessenen Relativ ihrer der Schweizer Neutralität zu Worte kommen. Die Welt braucht, wie schon oft, eine absolut neutrale Schweiz, die die besten Voraussetzungen hat, bei internationalen Konflikten zu vermitteln. Das aber ist nur möglich, wenn die Schweiz ihren gegenwärtigen Kurs der Neutralitätsverwässerung wieder aufgibt. Heute, am 1. August, feiert die Schweiz, die Konföderatio Helvetica, ihren Geburtstag. Das Datum hat sie einem aus dem 13. Jahrhundert erhaltenen Dokument entnommen, wo einige Männer aus den damaligen Talschaften Uri, Schwyz und Niedwalden in der heutigen Innerschweiz in den ersten Tagen des August oder im lateinischen Original Actum Anno Domini MCC LXXX Primo Incipiente Mense Augusto einander bei Angriffen von außen gegenseitige Hilfe zusicherten. Nicht schon seit über 700 Jahren, aber seit 175 Jahren versteht sich die Schweiz als neutrales Land, das sich in kriegerische Aktivitäten außerhalb der Schweiz nicht einmischt. Diese Neutralität ist seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 wieder das Thema, nicht zuletzt eben auch am 1. August, wenn die Schweizer traditionellerweise mit einer Wurst vom Grill und ordentlicher Tranksame auf Stadt und Dorfplätzen sich selbst feiern. Fünf Tage nach dem Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 hat der Bundesrat, die siebenköpfige Regierung der Schweiz, diese Neutralität schon mal beerdigt, indem er damals beschlossen hat, die Sanktionen der EU gegen Russland pauschal zu übernehmen. Damals habe ich auf der deutschen Plattform Nachdenkseiten spontan einen Artikel geschrieben. Unter der Headline Die Schweiz hat ihre Neutralität beerdigt Ich schäme mich, begann ich meine Beurteilung des jüngsten Geschehens mit diesen Formulierungen. Die sieben Mitglieder der Schweizer Regierung, der Bundesrat, wie die Regierung in der Schweiz heißt, haben es am 28. Februar 2022 geschafft, in den Schweizer Geschichtsbüchern der Zukunft namentlich aufgeführt zu werden. Sie haben die 173 Jahre alte verfassungsmäßige Neutralität der Schweiz beerdigt und Genf als international hochgeschätzten politischen Konferenzort liquidiert. Der EU wollte die Schweiz noch nie beitreten, sie bevorzugte immer bilaterale Abkommen oder, wie gerade jetzt wieder, Probleme einfach auszusitzen und Distanz zu halten. Ihr Interesse galt immer nur dem Marktzugang zur EU. Und sogar die neuen Kampfjets für die Armee sollen nicht von einem Unternehmen in der EU, sondern von den USA gekauft werden. Jetzt aber, am vergangenen Montag, hat der Schweizer Bundesrat beschlossen, die EU-Sanktionen gegen Russland vollständig zu übernehmen. Ausgerechnet die Sanktionen der EU, um der einen Seite des Konflikts massiv zu schaden. Ganz so hart wollten das die meisten Politiker und Medienleute allerdings nicht verstanden haben. Und sie begannen eine Diskussion, wie man die Schweizer Neutralität doch modernisieren sollte. Der damalige Außenminister und sogenannter Bundespräsident Ignacio Cassis kreierte am WEF in Davos den Begriff kooperative Neutralität und ließ dazu eine Studie erstellen. Der hochstehende Politiker mit Migrationshintergrund, Ignacio Cassis ist als Italiener geboren, versuchte eine Neutralität zu erfinden, die eben nicht immer absolut sein muss. Seine Studie dazu hat aber nur Eingeweihte bei den Medien erreicht und war schnell wieder vom Tisch. Aber die Versuche etlicher Politiker und Medienschaffender, die Schweizer Neutralität flexibel zu machen, dauern an. In den gestrigen CH-Media-Zeitungen, dem Verbund der großen deutschsprachigen Regionalzeitungen, schreibt Chefredakteur Patrick Müller auf der Frontseite aus Anlass des zeitungsfreien heutigen Bundesfeiertages einen sogenannten Leitartikel. Dieser hat die folgende Headline, die Neutralität ist genial, aber wenn wir sie nicht weiterentwickeln, bedroht sie unsere Sicherheit. Das ist, man erkennt die Absicht und ist verstimmt, Goethe, mit anderen Worten die Aufforderung, die Neutralität zu relativieren. Und Patrick Müller kritisiert darin die Schweizer Regierung, die nach dem 24. Februar mehrere Tage brauchte, um mit der Übernahme der EU-Sanktionen die Konsequenzen zu ziehen. Neutralität hin oder her, der Bundesrat hätte aus Sicht von Patrick Müller noch schneller reagieren müssen. Und der CH-Media-Chefredakteur hat keine Hemmung, einmal mehr die europäische Geschichte zu manipulieren. Wörtlich, dass sie, die Neutralität, auch Schwäche sein kann, zeigte sich nach der russischen Invasion in die Ukraine, dem ersten Angriffskrieg in Europa, seit Hitler Polen überfiel. Wirklich? Der erste Angriffskrieg in Europa seit Hitler? Den Angriff der NATO-Truppen in Jugoslawien unter Führung der USA im Jahr 1999, das Humanitarian Bombing, wie es der vielbewunderte tschechische Staatsmann Václav Havel sinnverkürzt formulierte, hat Patrick Müller dabei locker unter den Teppich gewischt. Die Schweiz mit ihrer Neutralität hat sich über lange Jahrzehnte den Ruf eines idealen Vermittlerstaates erworben, auch aufgrund des Roten Kreuzes, dessen Gründung historisch auf das Engagement eines Schweizers zurückgeht. Sie hat im Konflikt zwischen den USA und Kuba die jeweilige Interessenvertretung wahrgenommen, oder auch zwischen den USA und dem Iran. Man könnte viele Beispiele aufzählen. Auf der Webseite der Offiziellen Schweiz kann man aus dem Bericht des Bundesrates aus dem Jahr 2016 die folgende Formulierung lesen, Die Schweiz nutzt das Instrumentarium der guten Dienste in der Krisen- und Konfliktbearbeitung. Es reflektiert die Tradition und die Bereitschaft der Schweiz, Menschen in Not beizustehen und den Frieden weltweit zu fördern. Die Schweiz genießt im In- und im Ausland den Ruf als vertrauenswürdige Vermittlerin. Ihre Neutralität ohne koloniale Vergangenheit, ihr demokratisches System, welches auf Austausch, Ausgleich und Kompromiss aufbaut, sowie ihre Erfahrung mit kultureller Vielfalt schaffen Vertrauen und sind hierfür zentrale Eigenschaften. All das soll jetzt relativiert werden? Wer wäre, ohne den historischen Missgriff des Bundesrates vom 28. Februar 2022, besser geeignet gewesen, auch im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, als eben die Schweiz? Noch besteht die Chance, dass die Dummheiten der Politiker und Politikerinnen und der gegenwärtigen Schweizer Medienstars von der Schweizer Bevölkerung wieder korrigiert werden, mit einer Abstimmung dank der direkten Demokratie, um die uns viele Menschen in anderen Ländern beneiden. Die gegenwärtige geopolitische Situation, nicht nur in Europa, auch in Asien und anderen Orten, macht deutlich, dass es Mediatoren, internationale, neutrale Vermittler braucht. Und Genf soll, als Stadt in der neutralen Schweiz, ein Ort für internationale Konferenzen und als Sitz des IKRK erhalten bleiben. Und dies auch dann, wenn es um Konflikte geht, an denen Russland beteiligt ist. Der Kommentar von Christian Müller, Die Schweiz hat ihre Neutralität beerdigt. Ich schäme mich dafür, kann auch auf der Plattform GlobalBridge.ch eingesehen werden. Und, was sagst du dazu? Quetzal, was dieser Mann sagt, trifft sehr genau das, was zu sagen ist. Die direkte Demokratie, die hier angesprochen wird, zusammen mit der Neutralität, ist einmalig auf der Erde in dieser Form zu finden und derart wertig, wie sie nirgendwo auf dieser Welt zu finden ist. Das wurde auch in unserem Gremium so dargelegt, und folglich, wie dieses mit allen vollständig 1,5 Millionen Zustimmen befunden hat, bedeutet ein auch nur geringes Zuwiderhandeln einerseits gegen die vorherrschende Demokratie ebenso ein Verrat, wie auch ein nicht geringer Verrat bezüglich der Neutralität. SB Billy, entschuldige, aber das ist meines Erachtens nicht nur ein einfacher Verrat, sondern geradezu ein Landesverrat und ein Verrat gegenüber dem Schweizer Volk. Prinzipiell mische ich mich ja nicht in die Politik ein und betreibe auch keine, so kann ich immer neutral sagen, was diesbezüglich gesprochen und gesagt werden muss. Was daher die Neutralität betrifft, so ist diese effektiv nicht einfach politisch zu sehen, sondern eben derart, dass sie nicht nur das Land Schweiz betrifft, sondern auch die gesamte Schweizer Bevölkerung, folglich das Ganze weit über alle Politik hinausgeht und auch eine Sache ist, die privat jeden einzelnen Menschen beiderlei Geschlechts der Schweiz betrifft. Folgedem müsste jeder der Logik, dazu ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass der religiöse Glaube des Gros der Erdenmenschen, den Religionsgläubige Hegen, dabei überwiegend mitspielt, und zwar mit den Scheingedanken, dass der von ihnen glaubensmäßig eingebildete Gott doch alle bestrafen würde, welche wieder seine Gebote handeln würden. Und das sei wohl genug und bedürfe nicht, dass noch spezielle Informationen zur Kenntnis genommen werden müssten, denn Gott bestrafe doch des Rechtens und lasse nicht zu, dass von ihm bestrafte abermals das gleiche Unrecht tun könnten. Doch lass mich nun aber diesen Artikel hier noch lesen, der mich wirklich interessiert, insbesondere darum, weil du bereits eine sehr negative Beurteilung abgibst, Liste von 30 Eliten, die die weltweite Entvölkerung unterstützen und fördern THG, August 2, 2023. Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlicht. Unter der globalen Elite besteht ein klarer Konsens darüber, dass die Überbevölkerung die Hauptursache für die weltweit wichtigsten Probleme ist und dringend etwas dagegen getan werden muss. Sie glauben wirklich, dass die Menschen eine Plage für die Erde sind und wir den Planeten buchstäblich zerstören werden, wenn wir uns selbst überlassen werden. Im Folgenden finden Sie 30 Zitate zur Bevölkerungskontrolle, die zeigen, dass die Elite wirklich glaubt, dass die Menschen eine Plage für die Erde sind und eine große Ausmerzung notwendig ist. Erster der britische Fernsehmoderator Sir David Attenborough. Wir sind eine Plage für die Erde. Das wird sich in den nächsten 50 Jahren oder so bemerkbar machen. Es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um den schieren Platz, um Orte, an denen Nahrung für diese riesige Horde angebaut werden kann. Entweder wir begrenzen unser Bevölkerungswachstum oder die Natur wird es für uns tun, und die Natur tut es gerade jetzt für uns. Zweiter Paul Ehrlich, ehemaliger wissenschaftlicher Berater von Präsident George W. Bush und Autor von The Population Bomb. Unseres Erachtens ist das grundlegende Heilmittel, die Verringerung des Umfangs der menschlichen Unternehmungen, einschließlich der Bevölkerungszahl. Um den Gesamtverbrauch innerhalb der Tragfähigkeit der Erde zu halten, offensichtlich wird aber zu oft vernachlässigt oder geleugnet. Dritter noch einmal Paul Ehrlich, diesmal über die Größe der Familien, meiner Meinung nach hat niemand das Recht, zwölf Kinder zu haben, nicht einmal drei, es sei denn, es handelt sich bei der zweiten Schwangerschaft um Zwillinge. Vierter Deformen, der Mitbegründer von Earth First, wir Menschen sind zu einer Krankheit geworden, den Jungen Pocken. Fünfter CNN-Gründer Ted Turner, eine Weltbevölkerung von 250 bis 300 Millionen Menschen, was einem Rückgang von 95 Prozent gegenüber dem heutigen Stand entspricht, wäre ideal. Er wurde mit den Worten zitiert, wir sind zu viele Menschen, deshalb haben wir die globale Erwärmung. Zum Leidwesen von ihm und anderen glühenden Entvölkerungsbefürwortern wurden sowohl der Überbevölkerungsmythos als auch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung wiederholt entlarvt. 6. Japan stellvertretender Premierminister Taro Aso über schwer kranke Patienten, man kann nicht gut schlafen, wenn man denkt, dass alles von der Regierung bezahlt wird. Das Problem wird nicht gelöst, wenn man sie nicht schnell sterben lässt. 7. David Rockefeller, die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf alle Ökosysteme unseres Planeten werden in erschreckender Weise deutlich. 8. Umweltaktivist Roger Martin, auf einem endlichen Planeten ist die optimale Bevölkerung, die die beste Lebensqualität für alle bietet, eindeutig viel kleiner als die maximale, die das nackte Überleben ermöglicht. Je mehr wir sind, desto weniger für jeden, weniger Menschen bedeuten ein besseres Leben. 9. HBO Persönlichkeit Bill Moore, ich bin für Abtreibung, ich bin für Sterbehilfe, ich bin für normalen Selbstmord, ich bin für alles, was die Autobahn in Bewegung bringt, dafür bin ich. Es ist zu voll, der Planet ist zu voll und wir müssen den Tod fördern. 10. MIT-Professorin Penny Chisholm, der eigentliche Trick besteht darin, die Geburtenrate in den Entwicklungsländern so schnell wie möglich zu senken, um die Zahl von 9 Milliarden zu unterschreiten. Und das wird das Niveau bestimmen, auf dem sich die Menschheit auf der Erde einpendeln wird. 11. Julia Witte, eine Kolumnistin für Mother Jones, die einzige bekannte Lösung für den ökologischen Overshot besteht darin, unser Bevölkerungswachstum schneller zu verlangsamen, als es sich jetzt verlangsamt und es schließlich umzukehren, zur gleichen Zeit, in der wir die Rate, mit der wir die Ressourcen des Planeten verbrauchen, verlangsamen und schließlich umkehren. Ist eine globale demografische Krise unvermeidlich? Wenn diese beiden Bemühungen erfolgreich sind, werden wir unsere drängendsten globalen Probleme in den Griff bekommen. Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit, Wasserversorgung, Einwanderung, Gesundheitsversorgung, Verlust der biologischen Vielfalt und sogar Krieg. Auf der einen Seite haben wir bereits beispiellose Fortschritte gemacht und die weltweite Geburtenrate von durchschnittlich 4,92 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf heute 2,56 gesenkt, eine Errungenschaft von Versuchen und manchmal brutalem Zwang, aber auch ein Ergebnis der individuellen Entscheidungen einer jeden Frau. Die Geschwindigkeit dieser Geburtenrevolution, die hart gegen die biologische Programmierung ankam, ist vielleicht die größte kollektive Leistung, die wir bisher vollbracht haben. Zwölfter Professor Philip Caffaro von der Colorado State University in einem Papier mit dem Titel Climate Ethics and Population Policy, Die Beendigung des menschlichen Bevölkerungswachstums ist mit ziemlicher Sicherheit eine notwendige, aber nicht hinreichende, Bedingung, um einen katastrophalen globalen Klimawandel zu verhindern. In der Tat könnte eine signifikante Reduzierung der gegenwärtigen Bevölkerungszahl notwendig sein, um dies zu erreichen. Dreizehnter Eric Erpianka, Professor für Biologie an der Universität von Texas in Austin, Ich hege keinen Gräuel gegen die Menschen. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Welt, einschließlich der gesamten Menschheit, ohne so viele von uns eindeutig besser dran wäre. Vierzehntes Detroit News-Kolumnist Nolan Finley, Da die nationale Aufmerksamkeit auf der Geburtenkontrolle liegt. Hier meine Idee, wenn wir die Armut bekämpfen, Gewaltverbrechen reduzieren und unsere peinliche Schulabbrecherquote senken wollen, sollten wir Verhütungsmittel gegen Fluorid im Trinkwasser von Michigan austauschen. Wir haben in Michigan ein Babyproblem. Zu viele Babys werden von unreifen Eltern geboren, die nicht in der Lage sind, sie groß zu ziehen. Zu viele werden von armen Frauen entbunden, die es sich nicht leisten können. Und zu viele werden von bedauernswerten Faulenzern gezeugt, die ihren Samen wie Löwenzahn verbreiten und dann vor den Konsequenzen davon laufen. 15. John Gillibard, Professor für Familienplanung am University College London, Die Auswirkung auf den Planeten, wenn wir ein Kind weniger haben, ist um eine Größenordnung größer als all die anderen Dinge, die wir tun könnten, wie zum Beispiel das Licht ausschalten. Ein zusätzliches Kind entspricht einer ganzen Reihe von Flügen über den Planeten. 16. Demokratischer Stratege Steven Ratner, Wir brauchen Todeskommissionen Nun, vielleicht nicht gerade Todeskommissionen, aber wenn wir nicht anfangen, die Mittel für die Gesundheitsfürsorge umsichtiger zu verteilen, Rationierung, wie sie richtig heißt, werden die explodierenden Kosten für Medicare den Bundeshaushalt überfordern. 17. Messio Iglesias, Wirtschafts- und Wirtschaftskorrespondent von Slate, in einem Artikel mit dem Titel The Case for Death Panels, in One Chart, Aber nicht nur diese Gesundheitsausgaben für ältere Menschen sind das Hauptproblem im Bundeshaushalt, sondern unsere unverhältnismäßige Zuweisung von Gesundheitsdollars an alte Menschen ist sicherlich für den bemerkenswerten Mangel an offensichtlicher Kosteneffizienz des amerikanischen Gesundheitssystems verantwortlich. Wenn der Patient bereits über 80 Jahre alt ist, ist es eine schlichte Tatsache, dass keine noch so gute Behandlung Wunder in Bezug auf die Lebenserwartung oder Lebensqualität bewirken kann. 18. Margaret Sanger, Gründerin von Planned Parenthood, Alle unsere Probleme sind das Ergebnis der Überzüchtung der Arbeiterklasse. 19. Ruth Bader-Ginsburg, Richterin am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass zum Zeitpunkt der Reuentscheidung die Besorgnis über das Bevölkerungswachstum und insbesondere über das Wachstum von Bevölkerungsgruppen, von denen wir nicht zu viele haben wollen, bestand. 20. Margaret Sanger, Gründerin von Planned Parenthood, Das barmherzigste, was die große Familie einem ihrer kleinen Mitglieder antut, ist, es zu töten. 21. Salonkolumnistin Mary Elizabeth Williams in einem Artikel mit dem Titel So what if abortion ends life? Nicht alles Leben ist gleich. Das ist eine schwierige Sache für Liberale wie mich, darüber zu sprechen, damit wir nicht als Todestafelliebende, töte deine Oma und dein schönes Baby-Sturmtruppen dastehen. Doch ein Fötus kann ein menschliches Leben sein, ohne die gleichen Rechte zu haben wie die Frau, in deren Körper er lebt. 22. Alberto Gibilini von der Manage University in Melbourne, Australien, und Francesca Minerva von der University of Melbourne in einer im Journal of Medical Ethics veröffentlichten Arbeit, wenn nach der Geburt Umstände eintreten, die eine Abtreibung gerechtfertigt hätten, sollte das, was wir als Abtreibung nach der Geburt bezeichnen, zulässig sein. Wir schlagen vor, diese Praxisabtreibung nach der Geburt und nicht Kindstötung zu nennen, um zu betonen, dass der moralische Status des getöteten Individuums mit dem eines Fötus und nicht mit dem eines Kindes vergleichbar ist. Daher behaupten wir, dass die Tötung eines Neugeborenen unter allen Umständen, unter denen eine Abtreibung zulässig wäre, ethisch zulässig sein könnte. Zu diesen Umständen gehören Fälle, in denen das Neugeborene das Potenzial hat, ein, zumindest, akzeptables Leben zu führen, aber das Wohlergehen der Familie gefährdet ist. 23. Nina Fedorow Dies kann von meiner Seite aus jedoch nur in neutraler und nicht angriffiger Weise getan werde und vor allem nicht in Zusammenhang bezüglich des persönlichen Glaubens der betreffenden Person. So kann ich mich auch völlig belanglos und neutral mit jedem Menschen unterhalten, und zwar egal, welche Ansicht, welchen. Glauben, welche Einstellung, Betrachtungsweise oder Haltung er hat. Quetzal, das weiß ich, dass du es so hältst, denn dein Charakter lässt nichts anderes zu. Wovon aber vorhin die Rede war, dies geschieht zukünftig gleicher Art immer mehr, auch dass der Erdenmenschheit verschwiegen wird, dass einerseits die Corona-Seuche noch immer nicht vollständig besiegt ist, wie das auch sehr viele daraus resultierende Langzeitsorche-Schäden weltweit bei davon befallenen Menschen gegenwärtig sind und diese lebenslang anhalten und die Betroffenen teils unter schweren Schmerzen leiden. Dies, wie auch aus der Seuche, nebst diversen Krankheiten aus fremden Staaten eingeschleppt, neue unbekannte und auch bekannte Krankheiten entstehen, die sich bereits seit einigen Jahrzehnten bemerkbar machen. Darüber jedoch schweigen die dafür zuständigen Wissenschaftler, und zwar insbesondere, dass sich bereits neue Krebsarten zu entwickeln beginnen, dies auch bezüglich den Gasen, die jetzt durch die Folgen der Klimaveränderung aus der Erde entweichen und die Atmosphäre damit zu schwängern beginnen. Und zwar als direkte Folge der Wassermassen, die als Starkregen aus den Wolkengebilden auf die Erde niederfallen und das Erdreich derart aufweichen, dass sich die darin gebundenen Gase freimachen. Können, wie du aber schon in den 1940er Jahren zusammen mit Svart festgestellt hast, wie mir bekannt ist, weil dies Platt bekannt machte, da er nach und nach diese Svart-Informationen in der Bevölkerung von Error weitergibt. Billy, das weiß ich alles, auch, dass dieses Gas aus der Erde sehr krebserregend ist und dass leider unzählige Menschen daran nicht nur erkranken und leiden, sondern auch sterben werden. Wenn du jedoch denken solltest, dass die Erdlinge dies bewusst zur Kenntnis nehmen und etwas dagegen tun werden, dann hoffst du vergebens, denn diese sind so stur, gleichgültig und dumm, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, was du gesagt hast. Und das diesbezüglich idiotische Tun pflegt das Gros der irdischen Menschheit schon sehr, sehr lange, und zwar seit es Religionen und den irren und wirren Glauben an diese gibt, was schon seit Jahrtausenden der Fall ist. Doch die Erdlinge lassen sich nicht der Wirklichkeit und deren Wahrheit belehren, folglich sie mehr und immer schneller ihrem Untergang entgegen gehen, die Erde immer mehr und mehr zur totalen Zerstörung treiben, wie auch alle Ökosysteme und damit die gesamte Natur und deren Fauna und Flora zur Sau machen. Dabei wirken noch besonders die im Gehirn kranken Umweltschutzdemonstranten mit, die mehr Schaden als Nutzen anrichten, insbesondere Organisationen, die auf den Straßen Großkrawall machen und Zerstörungen anrichten, wie ebenso jene, welche sich überall festkleben und wertvolle Dinge mit Farbe und so weiter beschmieren, wie ZB hervorheben, die überaus kriminelle und radikale Aktivistenorganisation Letzte Generation, die gesteuert wird durch, was reiche Personen mit ihrem Geld finanzieren, die zudem wohl ein schlechtes Gewissen und anderseits einen Geschäftssinn haben, denn durch die Zerstörungen und Schadenanrichtungen, wie auch durch die Mittel zur Wiederbehebung des Schadens, verdienen die Spender des viel Geld. So sind die letzte Generation Demonstranten ein gefundenes Fressen für diese Reichen, denen alle jene arbeitsscheuen Idioten jeden Alters auf den Leim kriechen, die so dumm und blöde sind, dass sie als Scheindenker nicht einmal bis zur Nasenspitze zu denken vermögen. Dadurch entsteht durch die Reichen, die involvierten Geschäftsleute und die Spender der letzte Generation aus der sonst schon vorhandenen Umweltverschmutzung eine regelrechte Klimahysterie. Dadurch scheffeln die Reichen durch die Machenschaften und Schadenanrichtungen der arbeitsscheuen idiotisch dummen Elemente viel Geld. Die sich überall festklebenden stellen dafür Rechnung an und werden, wie es verraten wurde, dafür bezahlt. Dies unter anderem auch von einer amerikanischen Milliardenerbin, die diese Kreuzdomen und idiotischen Kleberaktivisten Hochhals lobt, die aber nicht merken, dass sie von cleveren Geschäftemachern betrogen werden. Diese arbeitsscheuen Kleberelemente jeden Alters sind derart idiotisch dumm, dass sie die Dimension ihrer Ausnutzung durch gewissenlose Reiche wiedererkennen, sie noch in irgendeiner Weise nachvollziehen können, denn außer der Fähigkeit der Logik fehlt ihnen auch der Verstand, wie aber auch die Vernunft, um überhaupt denken zu können. Zu erwähnen ist auch, dass ein Vollzeitmitglied der letzte Generation laut einer sicheren Quelle rund 13.00 Franken Euro pro Monatlohn erhält. Nun, nicht viel besser besseren Sinnes sind die Demonstranten der Friday for Future und auch etliche von ihnen sind Elemente, die nur Scheintenkende sind und Zerstörungen auf Kosten der Allgemeinheit fabrizieren. Sagen will ich noch dazu, dass schon seit jeher wie das Jahr der ungeheure Zuwachs der Überbevölkerung beweist, die bald 10 Milliarden erreicht, das Gros der Erdlinge nicht der Logik, des Verstandes und der Vernunft fähig ist. Wahrlich ist nur eine Minorität wirklich verständiger und effektiv richtig denkender Menschen, doch auf diese wird nicht gehört, wenn sie von der Wirklichkeit und deren Wahrheit sprechen. Und dieser Brief hier beweist, dass diese Minorität wirklich den Kinder effektiv existiert. Der Schreiber dieses Briefes ist ein Mensch aus der Ukraine, Antwort von Ole. Ukraine, ich freue mich sehr, dass Billy Ptar meinen Artikel lesen ließ. Ich habe das nicht erwartet. Ich schrieb diesen Artikel, um mehr Menschen für die Kontakte mit den Plejaren zu interessieren. Damit die Menschen sehen können, dass alles der Wahrheit entspricht. Wie könnte es hier eine andere Erklärung geben, wenn die Daten, die über Jahrzehnte hinweg veröffentlicht wurden, bei genauer Analyse völlig sinnvoll sind und alles übereinstimmt. Ich wollte, dass die Menschen es sehen, also schrieb ich den Artikel in einer möglichst einfachen Sprache, damit es für alle verständlich ist. Ich verstehe nicht, warum es immer noch viele Kritiker gibt, die alles kritisieren. Ich habe nur eine Frage an sie, haben sie etwas überhaupt gelesen? Haben sie sorgfältig darüber nachgedacht? Ich denke, die Antwort wird nein sein. Ich möchte Billy für all das danken, was er tut. Manchmal beeindruckt mich das, was er schreibt und sagt, und ich verstehe nicht, warum andere Menschen das nicht bemerken. Warum denken sie nicht gründlich darüber nach? Als der Krieg begann, wurden die Kontaktberichte für mich zu einem Ort, wo ich meinen gesunden Menschenverstand finden und verstehen konnte, was passiert. Hier in der Ukraine denken die Leute ganz anders. Es scheint, als ob die Menschen den Verstand verloren haben. Was sie sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe in meinem Leben noch nie größeren Unsinn gehört als während des Krieges. Es sieht so aus, als würde dieser Krieg auf die dümmste Weise enden, wenn alles zerstört und dem Erdboden gleichgemacht ist. Dann wird es das Ende des Krieges sein. Und dann werden die Menschen ein bisschen klüger. So lernen wir auf diesem Planeten durch Katastrophen. Ich möchte Ptar dafür danken, dass er meinen Artikel gelesen hat. Das bedeutet mir viel. Quetzal, das ist wirklich interessant. Deshalb will ich den Brief ablichten und vor das Gremium bringen, worüber sich sicher alle freuen werden und was bestätigt, was ihr, du und Ptar, Florina und Bermunda, wie auch Jotjofa, Jurata und ich feststellten. Billy, ja, nicht alle Menschen in der Ukraine sind kriegsbegeistert, denn es gibt tatsächlich Personen, die wirklich selbst und richtig denken, sich nicht einfach von der falschen und verlogenen Propaganda der Machthaber und Medien beeinflussen lassen und deren Lügen und Betrügereien für bare Münze nehmen, wie sie auch nicht wie diese korrupt, sondern ehrliche und gute und wirklich selbstdenkende Menschen sind, die nicht einfach Gläubige sind und sich durch Lügen und Betrügereien einfach beeinflussen lassen. Hier habe ich aber anderweitig auch gleich noch etwas, das du auch ablichten und an PTA weiterleiten kannst, nämlich diese zwei Farbseiten hier. Es handelt sich darum, dass dies die Umschlagblätter und die erste Innenseite sind, die einer Broschüre vorgesetzt werden, die PTA und ich zurechtgeschustert haben, die aber von Bernadette noch etwas mit Bildern resten diesbezüglich zeichnerischen Anfertigungen einiger der Kontaktpersonen gefüllt werden soll. Wir werden diese dann in größerer Zahl bei der Firma Poland farbig drucken lassen, wonach sie gratis an interessierte Menschen abgegeben und auch von Eva den Büxendungen beigelegt werden kann. Quetzal, das wird wohl gut sein und ich denke auch, dass das vorgesehene gut sein wird. Billy, das wird es, doch hier habe ich noch Folgendes erhalten, was meine Erwähnung bezüglich dem bestätigt, was ich kürzlich gesagt habe, was Fad und ich auf unseren Wegen in der Zukunft gesehen und erfahren haben. Wie findest und beurteilst du diesen Zeitungsausschnitt und eigentlich auch das, dass wir diese Sonderzeitzeichen erstellen und im Netz verbreiten? Quetzal, du hast ja ordentlich viel Anfallendes heute. Aber zu deiner Frage und dem Vorgegangenen will ich sagen, dass die Öffentlichkeit der Menschen auf der Erde einerseits nicht genug informiert und zudem mit Falschheit und Lügen sowie Betrugsmeldungen fern der Wahrheit zum Narren gehalten wird, wie du schon oft gesagt hast. Anderseits wurde euer sehr informatives Tun bezüglich der Sonderzeitzeichen von unserem Gremium als sehr lobenswert befunden, als wir diese Tatsache informativ vortrugen. Besonders das Erstellen und das Aufschalten im Netz, wie du sagst, wurde vom gesamten Gremium sehr gut und als sehr wertvolle Aktion befunden, was, wie dir ja bekannt ist, 1,5 Millionen Teilnehmer umfasst, die gesamthaft der Ansicht sind, dass ihr diesbezüglich weiterhin arbeiten sollt. Es wurde erklärt, dass gemäß unseren Feststellungen, die wir in Folge unserer Beobachtungen aufzeigen konnten, diese Sonderzeitzeichen in sehr vielen Staaten der Erde von vielen Erdenmenschen sehr viel mehr gelesen werden, als dies allgemein bezüglich der öffentlichen Medien der Fall ist. Dies gilt gleichermaßen für unsere Gespräche, die du jeweils abrufst und niederschreibst, die dann als Kontaktberichte aufgearbeitet und ebenfalls weltweit verbreitet werden. Zusammen mit Hilfskräften, die von Tuten und Blasen der Arbeiten nichts verstanden, jedoch will ich meinen Anweisungen folgten, wurde dann die Hinterschmidrüthi über Jahre hinweg wieder in den Senkel gestellt, bewohnbar gemacht und das Center auf- und ausgebaut. Effektiv war ich dabei leider unter allen Arbeitenden derjenige, der etwas vom Ganzen der verschiedensten Arbeiten verstand, weshalb ich auch ohne mich in irgendeiner Weise rühmen und in den Vordergrund stellen zu wollen, als Allrounder handwerklich praktisch alles und jedes selbst machen musste. Dies schließt, wie ich bereits gesagt habe, die durch ein Bauunternehmen erstellte große Jauchegrube und die Kläranlage aus, wie auch etwa 60% der Elektrifizierung des ganzen Center, während ich die restlichen 40% eigenhändig selbst machte, was dann vom EKZ selbstverständlich geprüft und als gut befunden wurde. Auch die Bedachung des Hauses, die alte war löchrig und es regnete hinein, wobei das Regenwasser bis hinunter in den Keller drang, wurde mit Ethernetplatten durch eine Fachfirma erstellt. Nun, bei der Arbeit standen mir zwar gute Helfer mit Handreichungen bei, die für mich sehr hilfreich waren. Diese Helfer waren jedoch nicht Fachkräfte bezüglich der vielerlei Arbeiten des Aufbaus und der Wiederinstandstellung des Ganzen, sondern einfach Menschen, die von sich aus willig ihre Leistungen vollbrachten und völlig andere Berufe und Kenntnisse hatten als eben diese, wobei sie mithelfen. So waren ZB nebst den Frauen und Männern unserer Figur auch Büroangestellte, zwei Lehrerinnen, ein Polizist, ein Pilot, ein Metzger, ein Verkäufer, ein Fotograf, ein Elektroniker der Universität Zürich, ein Chauffeur, ein Drucker, ein Student, eine Studentin und so weiter, wie auch ungelernte Hilfskräfte mit dabei. Nun, es war ringsum bis zum Wald völlig kahl und baumlos, alles der Hinterschmiedrüthi verlottert und kaputt und die Besitzer in Rotluh kümmerten sich nicht darum, wie auch die Behörde der Gemeinde und des Kantons nichts dagegen unternahmen und sich keinen Deut um den desolaten und lebensgefährlichen Zustand des Hauses kümmerten. Dies, wie auch nicht um den Kahlschlag, ebenso nicht um den lebensgefährlichen Zustand der Verkabelung des Elektrischen, wie auch nicht um das Abfließen der Hausgülle und Exkremente in das öffentliche Gewässer. Und es war ihnen auch egal, dass der Zustand der Naturstraße ebenso desolat war wie auch der Kirchweg nach Sitzberg, wie das der mit Wasser überflutete Keller und so weiter nicht mehr erlaubte, die Wasseruhr abzulesen. Gegenteilig wurde gemeindebehördlicher und kantonaler Terror gegen alles gemacht, als wir die Bauten der Hinterschmiedrüthi und das zerstörte Gelände wieder in Ordnung brachten, den Kahlschlag durch Aufforstung wieder bewaldeten und eine richtige Jauchegrube und Kläranlage erstellten. Wie auch Terror gemacht wurde, als wir die öffentliche Gemeindestraße wieder in Ordnung brachten, Jakobus und ich zusammen einen Wanderweg zurechtmachten und 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 jetzt, da alles in Ordnung gebracht wurde, sauber und rundum alles grün und mit Bäumen und Büschen bewachsen sowie mit vielartigen Blumen bestückt ist, da beginnt man wieder damit, wie das früher schon getan wurde, Terror zu machen. Diesmal und eben jetzt, da wir ein unfruchtbares Stück Tobel mit Erde auffüllen und bewalden wollen, wie wir es früher schon taten, kommt der Förster und macht Terror, obwohl er offensichtlich nichts von allem versteht, wenn davon abgesehen wird, dass er das weiß, was er in der Forstschule als Förster gelernt hat. Wenn aber gewagt wird, dass etwas wahrheitsgemäß verlautbart wird, wie ich das nun tue, dann wird das von den Schuldbaren vehement bestritten, und zwar womöglich gerichtlich, denn die Schuldigen wollen und verstehen es womöglich, dass sie mit Abstreiten der Wahrheit keine Tolken ins Reihenheft bekommen. Quetzal, ein solches Tun und Verhalten von Behörden war wirklich unverantwortlich, wie auch das, was dieser Förster offenbar gegenwärtig. Billy, das kannst du laut sagen, denn es ist nicht nur unverantwortlich, sondern es handelt sich um einen offensichtlichen Terror, der offenbar von Neuem beginnen soll. Wir waren und sind seit jeher eben die fremden Fötzel, wie es seit Alters her so gehalten und gesagt wird, und deshalb wird man als solche nicht in Ruhe gelassen, und zwar auch dann nicht, wenn man alles richtig macht. Es wird einfach gesucht und beanstandet und mit Gesetzesparagrafen dem Menschen das Leben zur Hölle gemacht. Bis er krepiert oder aufgibt. Dahinter steckt nicht nur das, dass fremde Fötzel nicht geduldet werden, sondern auch Vergunstrest Neid, wie aber auch nicht Akzeptanz gegenüber dem, was getan wird, weil sich solche in das einmischen, was getan und richtig gemacht wird. Zwar hat mit der Zeit rund um alles etwas Ruhe gegeben, wenn von dem hier und da vorkommenden Zleitwärchen abgesehen wird. Und dass früher einmal rund 80 neu gepflanzte Tannenbäumchen einfach weggeschnitten wurden, und sich dann der Übeltäter selbst erschossen hat, als er unverhofft anderen begegnet ist, das war ein besonderer Fall. Dass das Hausdach mit großen Steinen beworfen wurde und Löcher darin entstanden sind, wie auch das Viehhütergerät weggerissen und ins Tobel hinuntergeworfen wurde, wie aber auch alle Beleuchtungszwerge demoliert und weggerissen und wie Autos auf den Parkplätzen wohl mit Schraubenzirn oder so zerkratzt und Tieferillen gemacht wurden, das waren noch harmlose Schadensurfügungen. Dies, wenn man daran denkt, wie oft auch Schüsse gefallen sind, wofür es auch Zeugen gibt, die gar selbst gefährdet wurden, um mich aus der Welt zu schaffen, was allerdings andere Gründe hatte als das, weil wir hier fremde Pfötzel waren und für gewisse Neider wohl noch immer sind, denn das letzte Vorkommnis dieser Art ist ja noch nicht lange her, als es vom Wanderweg her knallte, als ich mit Besuchern draußen vor dem Haus saß, die hätten getroffen werden können. Als ich trotzdem sofort hochrannte, sah ich nur noch den Schützen, wie er mit dem Gewehr in der Hand an der Wanderweckkurve verschwand, wie auch droben auf der Kanzel ein Mann war, der offenbar dazu gehörte. Dies hätte wohl vermieden werden können, wenn droben auf der Kanzel die Türe geschlossen worden wäre, die extra installiert wurde, dass niemand Unbefugter auf das Kanzelgelände gelangen konnte. Quetzal, das sind alles Vorkommnisse, die mir nur teilweise bekannt sind, die jedoch die Überwachungsanlage vollauf rechtfertigen, mit der heute alles überwacht werden kann. Billy, ja, dadurch ist die Sicherheit gestiegen. Aber genug davon, denn ich möchte noch von etwas anderem reden, nämlich davon, dass nicht nur das CO2 der Vehikelabgase und so weiter das Klima und damit die Wälder zerstört, wie auch die ganze Natur überhaupt, wie es auch viele Krankheiten bringt, wie großenteils Krebs, und zwar für Mensch und Tier, Jetier und alle Lebensformen überhaupt, sondern dass es die Überbevölkerung selbst ist, die das viele CO2 noch zusätzlich zu allem schafft. Davon ist jedoch nie die Rede, denn wie sagt der Erdling doch, darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Die zuständigen Wissenschaftler schweigen darüber, weil sie vielleicht nicht die Überbevölkerung in die Rede bringen wollen, oder sie schweigen darüber, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Aber egal wie und was, denn Tatsache ist einfach, dass die Erde durch die Machenschaften der Überbevölkerung rettungslos kaputt gemacht wird, wenn diese nicht endlich durch einen kontrollierten und radikalen sowie humanen Geburtenstopp weltweit reduziert wird. Quetzal, das wird leider das Gros der Erdenmenschheit weder bezüglich der Dringlichkeit verstehen, noch wird von diesen die Notwendigkeit dafür akzeptiert werden. Und dies darum, weil die effektive Wahrheit verschwiegen und alles durch Verlogenheiten vieler Medien in böser Art und Weise bagatellisiert wird. Auch bezüglich der sogenannten UFOS-Respdären Besatzungen, die auch die Dagon waren, die Götter, als die sie sich anhimmeln ließen, bringen viele Medien lügenvolle Geschichten, weil sie dafür bezahlt werden. Wie auch das Militär in gewissen Ländern durch Lügen und Schweigen die Bevölkerungen betrügt, obwohl sie teils gar UFOS abgeschossen haben. Dies, wie aber andere Militärs diesbezüglich auch Spionage und so weiter betreiben und dabei derart dumm sind, dass sie denken, dass deren Spionage nicht erkannt würde. Doch jetzt, lieber Freund, muss ich gehen und eine bestimmte Pflicht erfüllen und so gehe ich jetzt und sage auf Wiedersehen. Billy, dann sei es eben. Auf Wiedersehen und Tschüss.